Hallo, mein Name ist Larissa und ich studiere an der FH St. Pölten den Bachelorstudiengang Medienmanagement. Ich habe mich für die FH St. Pölten entschieden, da sie einmal einen super guten Ruf in der Branche hat, für mich Praktisches mit theoretischem Wissen einfach sehr gut verbindet und das für mich persönlich ein sehr guter Weg ist zu lernen und zu verstehen. Und an dritter Stelle, weil es nach meiner vorherigen schulischen Laufbahn einfach ein sehr logischer und noch guter Weg war, weiterzugeben. Ich komme selber aus einer HLW, das heißt, ich habe schon wirtschaftlichen Unterricht gehabt und kenne es mit Basics oder zumindest ein bisschen vertieftes Wissen. Und beim Medienmanagementstudium an der FH St. Pölten kann man sich vorstellen, als wäre das einfach ein so ein 50-50-Ding. Also man lernt 50 Prozent Medien, Basics und dann eben im Laufe vom Studium sehr vertieftes Wissen und genauso auf der wirtschaftlichen Seite. Also man fängt mit den Basics an, man muss sich eben keine Sorgen machen, man kommt da gut mit und hat dann am Ende vom Studium so ein klares, gutes Verständnis von beiden Bereichen, dass man eben in vielen Positionen in den unterschiedlichsten Unternehmen anfangen kann. Das war für mich ein so großer Grund, das zu studieren, weil ich mich nie ganz festsetzen will, was ich machen will, aber ich weiß, ich möchte in der Zukunft was machen, wo jeder Tag anders sein wird. Und das ist für mich beim Medienmanagementstudium auf jeden Fall gegeben. Als Student Ambassador darf ich Interessentinnen und Interessenten betreuen und Fragen beantworten. Meine Kontaktdaten sind auf der Website zu finden und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns ganz bald auf der Part sehen würden. Bis dahin alles, alles Liebe und alles Gute. Ciao!